Ich machte mich auf den Weg zum Museum und dachte über das nach, was Rose gesagt hatte. Vampire. Der Gedanke war absurd, unglaublich, aber die Beweise waren erdrückend und unwiderlegbar. Ich hoffte, dass jemand kommen würde, um alles als großen Spaß aufzudecken. Aber es kam niemand. Vorerst musste ich mich damit abfinden und auf mein Ziel konzentrieren. Das Harding-Museum lag wie ein ruhiger Fels vor mir, der den nahenden Sturm trotzen würde. Zumindest dachte ich das. Ja. Automatische Waffen? Pass auf dich auf, Eric. Am besten kommst du wohl durch den Anbau ins Gebäude. Im obersten Stockwerk gibt es eine Verbindung zum Foyer. Okay. Ich melde mich später wieder. Wow. Guckt euch das an, Leute. Seht ihr, wie viele das sind? Okay, den einen kriegen wir wahrscheinlich so ausgeschaltet. Das sollte kein Problem werden. Wir machen jetzt mal Kuh. Nice. Was haben wir denn hier? Schattenillusion. Wir haben hier einen Schattenangriff. Hier die Heilung. Kuh. Machen wir das mal. Gucken wir uns doch mal an. Was hat unsere neuen Fähigkeiten so bringen. Was hat jetzt Rose? Kann man das irgendwo nochmal nachlesen? Wir speichern das erstmal. Und zwar... Und hier. Nein. So, dann würde ich sagen, wir bewegen uns. Nein. Ach Mann. Nee, wir können den wieder nehmen. Cool. Okay, dann bewegen wir uns mal. Ja, da können wir uns nicht hinbewegen. Das ist wieder zu weit weg. Hmm. Über welches Gebäude wollte sie reingehen, hat sie gesagt. Ich glaube, links. Ne? Über irgend so ein kleines... Ach Mann, das ist ja doof jetzt. Habe ich das eben nicht gehört, weil ich mich auf das andere konzentriert habe. Oder hat sie gesagt, da links durch das Glasgebäude oder hier rechts durch so ein kleines Mini-Haus. Egal, wir machen alle fertig hier draußen. Da steht einer. Können wir mit den Typen eigentlich was anfangen? Wir haben noch gar nicht geguckt, ne? Oh, 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 oh. Wollen wir einfach mal riskieren? Ah. Das Teil zeigt uns, wo wir lang sollen. Ist auch nicht schlecht. Aber... Wir gucken trotzdem mal. Wir ziehen ihn erst mal ins Dunkle. So, und dann... Gucken wir mal. Gehen wir da lang? Okay, der kann uns jetzt nichts mehr anhaben. Der steht da oben nur alleine. Was kann ich da? Das ist der. Was kann ich da? So, und dann wollen wir mal unser Blue trinken, weil ich hab's nicht mehr. So, dann gucken wir mal, wo hier die nächsten sind, unsere nächsten Opfer. Da oben ist so ein Vollposten am Fenster. Der Museumseingang war blockiert. So würde ich nicht ins Gebäude kommen. Ich würde wohl den Verbindungstunnel im Anbau nehmen müssen, wie Rose gesagt hatte. Hier ist soweit alles klar, keine Anzeichen von Störungen. Viele Gegner sind aufeinander abgestimmt. Behalte sie einige Zeit im Auge und versuche ihre Routen und ihr Timing zu erfassen. Ich glaube, wir müssen das wirklich mit dem Ding machen. Darunter. Ist da jemand? Hm. Hier ist nichts. Hm. Hat wohl nicht so viel gebracht. Tja, dann hilft wohl wirklich nur offene Konfrontation, Leute. Dann gucken wir uns das nochmal an. Müssen wir ihn halt einfach kalt machen. Tut mich ja furchtbar. Drecklich. Zack. So und weg, 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 weg. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, schneller. Puh. Das war knapp. Fuck. Das war knapp. Fuck. weg, 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 weg. Na komm schon, los. Digga. wir brauchen dich dich und dein blut so den machen wir jetzt fertig ach man es geht schon wieder los da und wir haben wenigstens unser blut getrunken also was wir brauchen so der alarm geht wieder runter gott sei dank auch wenn wir das einfach mal ab ich glaube als nächstes brauchen wir wirklich eine blut reserve ich habe ihn also ich bin nicht mehr wirklich gut drauf muss ich sagen also nicht jetzt sondern als dieser Vampir weil so ohne blut oder heil ich mich mit der zeit selber das finde ich auch gut den einen da werden wir immer noch ausschalten da der andere steht erst da oben wieder der Vampir ist geflüchtet findet ihn und scheutet ihn aus komm raus bevor die Sonne aufgeht so komm hierher wir machen dich fertig aber klack ja dann haben wir ihn wohl schade dass wir das blut von den alten nicht von denen nicht trinken können aber damit hat sich der alarm erledigt kann man nicht kann man nicht ok leise haben wir hier irgendwas zum machen haben wir hier denn überhaupt irgendwie mal was weiß jetzt auch nicht ich guck mal mal das ist nicht gut rf radio da oben ist irgendwas der massive regen der letzten stunden hat bereits zu mehreren über stopp für ungeknickte bäume und herabgefallene äste blockieren mehrere straßen und zufahrtswege die feuerwehr ist bereits im großeinsatz doch der kampf an mehreren fronten erscheint derzeit aussichtslos experten rechnen damit wollen wir den in unseren roten punkt hier direkt über da uns noch die ganze nacht in atem halten wird da steht er ok ich habe die notausgänge alle verriegelt und die tür geöffnet auf dem bildschirm zähle ich vier nein fünf wachen die sind alle mit den nerven am ende da solltet ihr leichtes spiel haben das ziel habe ich bisher nicht auf dem bildschirm wenn ich ihn sehe melde ich mich so den müssen wir jetzt austrinken wir brauchen schließlich mal wieder was zu trinken sonst haben wir keine special attacks ich sehe hier irgendwie wenn das wirklich live camps sein sollen sehe ich hier niemanden draußen ross ich bin da einer der besucher war hier aber ich habe mich um ihn gekümmert ausgezeichnet verbinde bitte den transmitter den ich gegeben habe mit dem computer dann kann ich ins system in ordnung sehr gut warte kurz gut der zugang ist nun offen aber etwas hier ist merkwürdig die haben das system genutzt um alle ausgänge zu verriegeln ihre bewaffnung und ihr faible fürs abknallen von museums wachen sprechen auch dafür dass hier etwas anders läuft ich melde mich kann man jetzt hier mal hoch ich kann wieder speichern dann würde ich sagen wir speichern erst mal obwohl wir gehen nochmal runter wo wir hier speichern wo wir hier speichern